Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk ein GAULEICHER GESSING Wir DER GUER DER GESSING So Servus Elias Yo Danke, Hab mich gefreut dass du wieder da warst Das letzte Spiel war ja damals, glaube ich, in Stival, wenn ich mich in den Toys-Tasch höre. Und ja, echt, es war klasse. Heute haben wir eine super Partie gesehen, hätte ich gesagt. 3 zu 1. Können wir gut damit leben. Und ja, vielleicht beherrscht uns bald einmal wieder. Wie steht ja die Ding? Saisonabschlussfahrt mit dem GSC. Am 2.6. ist es so weiter. Und ich hoffe, da beteiligst du dich auch. Wird eine geile Partie. Zumindest so geil wie heute, hätte ich mir gesagt. Wäre nicht so geiler. Also Leute, das war's hier aus der Krum. Noch mal meine letzten Worte. Sehr, sehr gutes Spiel für die erste Klasse. Und ja, tolle Stimmung. Eben nochmal, besucht den GSC. Und ich hoffe, damit habe ich euch da ein bisschen Gusto gemacht für das morgige Spiel unserer schwarz-weißen gegen den SK Rapid. Wird natürlich auch sehr toll besetzt sein. Ein paar Leute mehr wie heute werden sicher im Stadion sein in der Nähe. Aber trotzdem. Ja, ich freue mich auf morgen. Und ja, nochmal danke an den GSC. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei den Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die schwarzen! Euer Freshdie. Auf die schwarzen! Und bis dann! Drei Punkte morgen! Ciao, ciao!